Puh, what's up Freaks, willkommen zu heute mal wieder auf dem Display von mir, so auf dem Spiel, The Binding of Isaac, W.O.T.L. Ich würde sagen, es stürzt und schnell wieder rein, es ist lange her, dass ich das mal wieder gespielt habe, aber heute habe ich mir gedacht, es ist mal wieder Zeit, das ist mal wieder voll begorfen, das Spiel und, äh, ja, regel zu heute mal. Allerdings zwei Besonderheiten, eine Besonderheit ist nämlich, wir haben zwei Item-Räume pro Etage, die andere Besonderheit ist, wir haben 40% erhöhte Räume, weil wir immer Curse of the Lost drin haben. Zwei kleine Cheats, die ich mir dachte, ich mach die mal rein und wir gucken mal, wo wir uns hier hinführen für das erste Let's Play. Weil ich mir einfach denke, dass, äh, ich mein, doppelt so viele Items, größere Räume, das verspricht eigentlich eine Menge Unsinn und Spaß. Zumindest, äh, ja, sollte es so sein, mal gucken, ob es auch wirklich so sein wird, ich weiß ja nie. Ich würde sagen, ja, das ist schon mal geschafft hier. Kleines Fleischflößchen hier, da haben wir auch unseren ersten Item-Raum von zwei, der ist allerdings noch verschlossen, der andere dürfte offen sein. Oh, komm, kleine Spinne. Na, na, na. Zwei kleine Biester und weg sind sie. Bossraum gefunden. Wo ist der andere Item-Raum? Wo ist der andere Item-Raum? Bitte, bitte. Und bitte, ihr Scheiß-Spinnen. Meine Fresse. Wir haben uns immer so einen random Laufweg. Das geht immer voll auf und zack. Wow. Wow. Okay, okay, machen wir jetzt erst den Boss, würde ich sagen, weil wir keine We-Woods vergolden wollen. Pinker Springer, würde ich sagen. Haha. Relativ einfach zu besiegen, einfach weil er immer so oft springt und, äh, joa. Dadurch, dass er seinen eigenen Blinker kaputt macht. Und wenn ich jetzt gerade trotzdem Damage genommen habe, was ein bisschen bescheuert und bitter ist. Aber ich kann's nicht ändern. Nö. Ach. Arschloch. Ich musste das Ding selbst kaputt machen. Das ging nicht anders. Und er wurde gerade durch seine eigene Bombe zerstört. Wow. Needy. Magic 8-Ball gibt uns ein Blau... Ne, gibt uns ein Tears-Up plus eine Tower-Card. Neh, nehm ich mal mit. Tears-Up kann ich gerade eigentlich Kriege brauchen. Stars kommt das in den Geheimraum, meine ich. Nein, das war, das war Moon. Das war Stars benutzt in den Shop. In den Item-Raum, aber in den falschen. Aber trotzdem, okay. Ich habe ja immer ein Halo gefunden. Äh, Halo-O-Stats-Up, ja. Ist ganz geil, würde ich sagen. Kommt noch ein Key, das war richtig geil. Ich glaube, ich finde kein Key mehr hier. Leider, leider. Aber für die erste Etage ist das nicht so schlimm, wenn ich beide Räume nicht öffne. Wenn ich gleich aber kein Key finde, dann ist es schon wieder zum Heuer, muss ich sagen. So, okay. Unterher. Keinen Schlüssel bekommen, leider. Gibt auch die Chance, rechts beim Boss aber, äh, gering. Und vielleicht ist die Chance, dass hier ein Geheimraum ist. Oder auch nichts. Naja, naja. Immer nochmal zwei Münzen dazu. Kann man auch nicht meckern, wirklich. Trotzdem bin ich schade, muss ich sagen. In den Geheimraum, eigentlich. Super Sloth, okay. Hoffentlich drobst du mir ein Item, Kollege. Oder ein Schlüssel. Oder was auch immer. Irgendwas Nützliches, bitte. Ohne mich zu um... Ohne mich zu umzubringen. Genau, ja. Ohne mich dabei umzubringen, bitte. Wäre super von dir. Wobei, das gerade total hier Pille-Palle einfach ist. Nope. Auch deine kleinen Spinnen können wir nichts anhaben. Zumindest zur Zeit nicht. Dafür, dass ich Halo bekommen habe mit dem All-Stats ab. Das ist einfach ein super Teil. Wenn man hier unschwer erkennen kann. Etim-Gunter und ne Kiste mit nem Key drinne. Wette ich doch. Und dann ne Key droppen wir so. Dankeschön, Spiel. Dankeschön. Gehen wir zuerst den Item-Rom abchecken. Denn, äh, ne Gift-Bombe gibt uns nochmal Plus-Fünf-Bomben und Gift-Bomben halten. Das ist nützlicher als ein Item, was wir vielleicht nicht mitnehmen können im Endeffekt. Wie zum Beispiel Halo of Lies. Heilige Schande. Yes, yes, yes. Fliegenschutzschild, Leute. Ich würde sagen, wir haben hier auf der ersten Etage gut abgeräumt. Tears up, All-Stats up, Halo of Lies. Möglichst die Gift-Bomben oder was auch immer ich jetzt dazu daraus berufeln werde. Nehmt bitte was Gutes. Und? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es gibt nur zwei All-Stats up, es gibt nur zwei All-Stats up-E zum Spiel, meine ich. Meine ich zumindest, ja. Und das sind beide, die ich gerade bekommen habe. Das sind beide. Wow, ich habe fünf Erzen. Alles plus zwei Momente. Ja. Okay, okay. Ich glaube, ich gucke nochmal nach dem Geheimraum. Ich habe aber fünf Bomben und fünf Bomben, sag ich mal, hier. Bam. Ah, drei Minzen. Ich liege mit Bam gerade recht gut richtig. Ich bin gerade echt voll glücklich, dass ich hier Etage 1, zwei All-Stats up-E zum Bekommen habe. Das ist ein Wunder. Vor allem für mich. Ich habe nämlich nicht gerade viel Glück mit Items hier in dem Spiel. Wie meine vorigen Runs bisher gezeigt haben. Meine privaten Runs. Äh, grauenhaft. Außer Run Nummer 1, der war wirklich wunderbar, weil da bin ich im ersten Mal, bin ich Gappi geworden. Aber alle anderen Runs, awful, awful. War nicht schlecht und schlimm. Und da ist meine Giftbombe. Aber ja, schon wieder. Ich will nicht rerollen, Kollege. Das bedeutet für mich im Grunde nur Giftbombe. Das bringt mir gleich Glück, da Rii zu rollen. Bestimmt. Nope, Kollege. 6,89 Damage, ne? Heiliger Witz. Heiliger Witzgang. Eigentlich müssen meine Tränen rot sein, denn ich mache ja schon über 5 Damage. Und das bedeutet eigentlich rote Tränen. Dann liegt das am Halo, dass ich gerade keine roten habe. Ist auch nicht schlimm, aber ich wundere mich halt. 1. Vor allem, so wie kann man das haben, die Items früher gefunden. Das heißt, wir können jetzt nämlich die Reboots komplett ausnutzen hier. Richtig ausnutzen, dass wir auch alle wirklich hier zum Reboot benutzen. Und hoffentlich ein schönes Items rausbekommen. Ein Schlüssel, super. Und den Boss rauchen. Mache ich glaube ich zuletzt. Noch ein Schlüssel. Oh, yes. Nickel. Oder ich mache den jetzt zuerst, den Boss. Ja, ich mache den zuerst. Oh, du als Boss. Den habe ich schon lange nicht mehr gehabt, irgendwie. Oh, ich habe Damage bekommen. Ich könnte heulen. Gerade bei ihm hier. Völlig sinnfrei da, gerade Damage bekommen zu haben. Der geht gleich ein bisschen hoch. Ja, ich wusste es. I knew it. I knew it. Was ist da, der Erste? Kam da jetzt gerade tatsächlich ein blaues Herz aus den Pupenhäufchen? Ich meine, das ist selten, dass da Items rauskommen, weil es aus den Gegnern Pupenhäufchen. Aber es ist möglich. Das ist sehr erfreulich. Voll. Aber schon bleibt da stehen. Oh, nein, nein. Du Arsch. Yes, ich wusste es kommt in Dabble Room. Einfach weil, äh, ich kein rotes Herzdamage bekomme ab hier. So, was haben wir hier drinnen? Uh. Slice. Packed. Nehme ich mit. Damage ab. Und das Ding re-roll ich mal. Und hoffentlich bekommen wir jetzt ein gutes 3, äh, 3 Soulheart Items. Mark. Nehme ich mit. Auch noch plus blaues Herz 1. Wir haben beide Damage Upgrades aus dem Satans Ruhm. Wir haben beide All-Stats Items. Fehlt nur noch das Pentagramm und ich fang dann zu heulen vor Freude. Lippenstift. Lassen wir mal dort stehen. Lippenstift müsste Range Up sein. Glaub ich, hab ich das Gefühl. Weil Lippenstift, Augen, Tränen, weil man das in die Augen macht und das dürfte bedeuten. Oder, äh, weil Schmuck und er rennt weg. Das heißt, es könnte auch Range, äh, es könnte auch Speed Up sein. Bin mir nicht ganz sicher. Die Logik dahinter ist nicht immer ganz, äh, zu verstehen. Aber für immer mache ich 9,85 Damage und guck mal wie schnell. Hahaha. Bitte, Leute. Dieser Run verspricht wahrlich, ein Traum zu werden gerade. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist vielleicht nicht so traumhaft hier. Das Treffen muss ich noch ein wenig üben, muss ich hier gerade sagen. Und der zweite Itemraum. Wir haben drei Keys dafür. Oh mein Gott, guck wie schnell ich schieße. Und mit 9,85 Damage. Das in die Etage 2. Yes. Ohne Frage. Skeleton Key. Ohne Frage. Wow. Wir müssen uns nie wieder Sorgen um Keys machen. Ich kann alles auch machen, was ich möchte. Ich bin leicht glücklich, Leute. Ein wenig leicht glücklich. Und reroll. Wir gehen natürlich zum Itemraum. Bossraum, Item kann man nur noch mitnehmen im Notfall. Das Itemraum, Item waren die 5 Bomben, also die Giftbomben meine ich. Aber das ist nicht so nützlich, würde ich sagen. 1, 2, hoho. Traum. Loki, ich meine Curved Horn plus 2 Damage nach allen Berechnungen. Das heißt also genau 2 Damage dazu. So. Shop bringt mir den Kompass. Rewoll ich den oder reroll ich den nicht? Kompass ist eigentlich nützlich. Aber ich könnte auch ein Habit rausbekommen. Aber ich glaube, ich nehme den Kompass mit. Komme ich schneller zu den Räumen, zu den wichtigen und kann schneller regeln. So, reroll ich das oder reroll ich oben? Ich meine, ich kann plus 5 Bomben und dann alle Bomben machen Giftschaden. Oder oben noch und auf ein Health Upgrade hoffen. Aber das könnte hier alles werden. Aber es könnte auch alles Mist werden, was ich hier rausbrüffle. Aber könnte auch oben passieren. Obwohl oben nicht so sehr wie hier. Ich reroll oben, komm. Ich reroll oben. 5 Poison Bombs. Richtig also gerade gehabt hier. Wir riskieren einmal schnell den Versuch hier. Und das war richtig. Drei Münzen. Ah, okay. Cool. Jetzt mitbringen sie ganz nett. Zum Schluss nochmal. Das ist der Etage. Leider das Einzige, was mir aufgefallen ist durch diesen Sheet, dass wir zwei Itemräume haben, werden, wie ich das zumindest verstehe, die Curse Rooms rausgeworfen liegen. Weil hier kommen keine Curse Rooms mehr. Dürfte zumindest nicht mehr kommen. So, und reroll auf Mutterschuh. Ranger. Ach, shit. Dammit. Okay, okay. War ein Versuch wert und der Versuch ist leider schiefgelaufen. Curse of the Lost. Oh, 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 oh. Was haben wir hier denn interessant? Achso, mein Speed ist heilige Schande. Ist ja groß. Ich habe gerade mein Speed leicht unter Shit, wie man vielleicht gemerkt hat. Temperance. Blood donation machine. Awesome. Bum friend. Äh, nicht Bum friend. Äh, Explosions friend. Toll, beschissen. Oh, 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 oh. Wow. Wow. Wir gehen zuerst zum Shop, würde ich sagen. Leute, das ist... Warte mal. Was haben wir für E-Tools eingesammelt bisher? Ist ja heftig. Ist ja wahrlich heftig hier. Batterie. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wir können wir schon eine Rerolls haben. Aufgenommen. Hä? Ah, ich habe gar keine. Oh, scheiße. Ich brauche Münzen. Hä, wir haben eine Blood donation machine. Notfalls. Aber ich werde das ohnehin kriegen, gerne. Reroll. Auf. Uh. Whore of Babylon. Halbes Herz. Halbes rotes Herz. Und wir bekommen. Wir werden super stark. Es nutzt sich, wenn man nur blaue Herzen hat. Weil es dann immer aktiv ist. Aber so ist es total scheiße. Ja, sterbt einfach. Sterbt einfach. Hohoho. Okay, wir gehen hoch. Zubie Tumor. Zuck, zuck, zuck. Und down sind sie. Und erfreulich. Nicht erfreulich. Gleichzeitig. Öffnen wir. Okay, zwei Schlüssel wieder raus. Äh, also ich glaube, wir bleiben trotzdem über vier Schlüssel. Gerade, die es in Anschein hat. Und. Zehn Bomben. Was zur Hölle hat das Spiel gerade mit Bomben bei mir? Ist nicht so nice. Ob man aber zehn Bomben natürlich wieder mitnehmen kann im Endeffil im Notfall. Oh mein Gott, schon wieder zwei. Ich muss doch eben hinkriegen, dass ich 15 Münzen habe. Wirklich mal. Das ist, äh. Gerade absolute Priorität mit. Reroll. Ah. Nein, jetzt gibt mir einen Item. Ne, gibt mir einen Random Book-Effekt. Das war das. Stimmt. Trotzdem. Äh, äh, äh. Ich will eigentlich noch mal auf den Satansraum, ähm, drauf hinspielen. Das ist zumindest so mein Nebenziel jetzt gerade so. Bis jetzt etwas klappen wird. Ist auch nur noch eine andere Frage. Ja, gegen zwölf Achterschüsse habt ihr keine Chance. Tut mir leid, Kollegen. Und du erst recht nicht. Du erst recht nicht. Pink. Trockenen Key. Interessant. Und eine Tarotkarte. Hi Priestess. Äh, spornen den Fuß vom Himmel. Tut also weh. Möchte ich nicht. Da kommen wir nicht in den Raum gerade rein. Bisschen ungünstig. Ich will noch kein rotes, rotes, roten Herzdamage riskieren. Einfach weil, ähm, ja. Die Chance dann höher ist es wie dein Satansraum spornen. Das ist halt so mein Ziel, was ich ja gerade anspielen möchte. So, gehen wir schnell wieder hier oben re-rollen. Danach werde ich wohl die Bomben mitnehmen. Ich fass es nicht. Homing Bombs. Homing Bombs. Wir haben Gift Bombs. Wir haben Homing Bombs. Wir bekommen jetzt nochmal 10 Bomben dazu. Also, äh, ich hab das Gefühl, wenn wir, äh, später Dings finden, äh, hier die, äh, Bomben-Items aus Meat Boy-Game. Ich fass halt nicht, wie die heißen auf Deutsch. Meine Güte. Äh, dann werde ich die wohl mitnehmen. Normalerweise nehme ich die mit, weil ich die einfach nicht lustig finde. Aber ich glaube, in diesem Fall werde ich die auf jeden Fall mitnehmen, denn alles, was ich habe, ist Bombe. In dem Sinne. PIEM! Harschloch. Ich fick dich jetzt einfach auseinander. Das ist verdient. Das hat mir das Leben im bisherigen Beinigaufheißen immer so schwer gemacht. Ich fick dich jetzt einfach auseinander. Buh. Grimmst am Felsen versteckt. Das hättest du wohl nicht erwartet, Bitch. Buh. Triffst mich hier mal, Bitch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Wire-Code-Hanger ist ein Speed-Up. Ein T-S-Up. Oh, oh, oh. Okay, nice, nice, nice. Ho, 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 Leute. Hahaha. I like it. I like it. Kein Devil-Room, schade. Aber, äh, ich würde sagen, wir spielen letztens mal die Temperance-Karte. Spielen die mal hier, in diesem Raum. Eins. Ich hoffe, ich gebe mir eine IV-Bag. Das wäre, das wäre ein Traum. Kann ich nämlich die IV-Bag-Bag wieder ausnutzen und das wäre super. Komm schon. Dankeschön. So, ich glaube, das jetzt wurde ich mir ganz am Schluss, da ist nämlich die Chance viel zu hoch, dass ich gleich in die nächste Etage komme. Obwohl ich hier noch nicht fertig bin. So oder so nicht fertig. Erstmal holen wir uns die 10 Bomben ab. Denn, ja. Döö. Haben wir 30 Bomben. Ich würde sagen, wir versuchen auf jeden Fall jetzt immer nach allen Geheimraums zu tun. Nach allen, meine ich. Wirklich. Hier ist keiner. Hier ist vielleicht einer. Ah, richtig. Nice, nice. Damit brauchen wir keine Temperance mehr. Damit können wir jetzt einfach uns die Batterie holen. Nice, nice, nice. Weil ich immer noch eben den restlichen Herzen holen, logischerweise. Warum auch nicht. So oder so, weil ich gerne unten rein möchte. Auf jeden Fall unten rein möchte. Brrr, rein. Zwei Kisten, super. Und? Gabis Tail. Mehr Kisten spawnt. Hoffentlich vor allem auch mehr goldene Kisten, die wir alle eröffnen können wegen unserem Kies. Yesa. Und wir sind ein Drittel auf dem Weg zu Gabi. Hihihi. Jetzt müssen wir noch nach dem, äh, Secret-Secret-Geheimraum suchen. Der ist immer nur von einem Raum umgeben. Und ich habe recht gehabt. Wow. Ha, ha, ich spiele bis 15 runter. Flat Penny. Für jede Münze, die ich einsammel, bekomme ich eine, bekomme ich eine 50-prozentige Chance, dass ich ein Key, dass ich ein Key bekomme dazu. Allerdings für uns völlig sinnfrei jetzt gerade. Denn, ja. So kann es manchmal aussehen. Du bist eine scheiß Maschine. Eine richtig beschissene Maschine. Getäuscht. Leicht. Und gut, wir müssen noch nichts mehr suchen. Wir können jetzt einfach in den Shop spazieren. Obwohl, ich glaube, ich hätte zuerst die Batterie aufsammeln müssen. Ich glaube, wenn wir die Batterie aufsammeln, bekommen wir den Charge wieder voll auf der, äh, auf unserem Space-Bealter. Habe ich das Gefühl. E-to-Suite-Charge. Nein, doch nicht. Noch nicht. Wir müssen unsere Kämpfe jetzt vermutlich ein bisschen herauszögern, damit wir, äh, ja. Damit wir möglichst viele Charges bekommen in einem Raum. In einem Raum. Charges bekommen in einem Raum. Ja. Hört sich irgendwie okay an, aber eben auch nicht. Äh, ja, aber auf jeden Fall, wir sollten, äh, unsere Kinder schnell umbringen können, denn wir schießen so schnell, machen so viel Damage. Wir dürfen nur nicht getroffen werden. Das ist das Problem. Das ist, ich meine, wir können so viel Damage machen, wie wir wollen, aber wir haben nur so wenig Potenzial. So, ich mach noch eben einmal, zweimal, weil wir haben nur umherren von Herz. Und da ist ein Daimung rausgekommen. Ich fasse es nicht. Und die IV weg. Mhh. Auf einmal wurde es interessanter. Wahnsinnig interessanter. Mit, mit. Erstmal den IV, äh, Backpack. Wir können die IV-Back zweimal nutzen und verlieren nur einmal ein Herz. Das ist ja, weil wir halt noch, äh, ja, wie nennt man das so schön, weil wir halt noch gerade, äh, Invincibility haben, kurze. Und deswegen können wir da einen kleinen Minibug ausnutzen. Also auch sehr praktisch in dem Fall. Jetzt gehen wir unten und geben unsere letzten 20 Münzen an der Maschine aus und hoffen auf blaue Herzen. Oder auf irgendwas anderes, vielleicht nützliches. Nicht alle 20 Münzen, aber auf jeden Fall so bis 15 runter wieder. Jetzt sieht das Ding gleich noch zweimal ein. Blau das Herz, supidupi. Dankeschön. Komm schon, komm schon, noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr noch. Burnt Penny, Bomben für Münzen. Man fühlt sich auch recht nice in dem Sinne, ne? Bombe für Bombe. Äh, manchmal frage ich mich, wo ist der Sinn des Lebens? Okay, wir nehmen auch wieder schnell den Burnt Penny auf. Haben schon die Münzen. Münze, Münze, da liegt ne Bombe. Und da liegt nochmal ne Bombe. Okay. Das haben wir zwar nicht so ausgenutzt, wie ich das gerne wollte, aber, naja, immer ein bisschen noch. Ach, das soll jetzt nämlich die eine Münze noch mit. Das habe ich da zu verlieren. Und schon einen Schlüssel damit, auch wenn ich den Schlüssel überhaupt nicht mehr brauche. Aber, äh, what the heck. So, das dürfte ich oben gelassen haben, meine, äh, D6, äh, ja. Leider ohne Charge. Jetzt würde ich den, jetzt würde ich jetzt die Bloodbag re-rollen. Re-we-re-rollen. Re-rollen. 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 Kann sich auch sprechen. Okay, okay. What's done is done. What is dead may never die. Den kann der Riesum einfach davonrennen. Nö. Warte, war Batterie mehr Charge oder, äh, war das, äh, Kampf Charge? Ne, das war immer mehr, oder? Doch, jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt kommt der Charge. Okay, wir müssen noch einmal warten. Dann kriegen wir nämlich das Ding voll mit dem Raum hier, meine ich. Obwohl, ich glaube, das kriegen wir jetzt schon voll. Ich glaube, es hat ja nur zwei Wochen Aufladezeit. So. Okidoki. Okidoki. Zuerst den Shop oder zuerst den Itemraum? Ach, das ist eh erst den Itemraum. Erstmal gucken. Telepathy for Dummies. Natürlich. Muss immer dabei sein in dem Run. Ist total sinnfrei, aber muss immer dabei sein. Macht halt, dass die Schüsse auf die Gänne hinzufliegen, anstatt, äh, dass sie nun gerade fliegen. Also, naja. Wir hoffen jetzt bitte bei einem Reroll auf Habit. Nein, natürlich Leiter, Leiter. Leiter kann man auch mitnehmen in dem Sinne, aber, äh, nicht so egal. Wir riskieren den. Ah, Ultrapride. Oh, da trifft mich. Arschloch. Das sind halt die beiden Entwickler vom Spiel, also Florian Himsel und, äh, äh, Edmund, Edmund McMillen. War das der Name? Kommt mir gerade so unbekannt vor irgendwie. So komisch vor. Ich weiß nicht. Ok, Schlüssel. Die Hand macht das Meerrote Kisten-Sport. Allerdings haben wir ja bereits Gubbi's Tell. Das heißt, obwohl, wir können damit eigentlich jetzt Gubbi fahren. Wartet. Wir haben ja Gappi's Tale, oder? Genau, Gappi's Tale haben wir. Mit mehr roten Herzen. Warte mal, ich will eben kurz in die Liste gucken. Trinket Card Info. Replace this chest with red chest. This also affects golden chest. Das heißt, alle Chests werden zu red chests. Da wir mehr Chests spawnen haben, heißt es werden nur noch rote Kisten spawnen. Chance auf Gappi ist hoch. Allerdings, ja, vermissen wir dabei vielleicht einige Items. Wobei, vielleicht auch nicht. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen Damage. Ich würde sagen, wir machen es für diese Etage, denn, ähm, ja. Es könnte sein, dass wir mit einer Etage Gappi werden jetzt. Es könnte möglich sein. Ich hoffe es zumindest. Darauf spiele ich nämlich jetzt gerade an. Rote Kiste, komm schon. Kein Gappi-Item. Buh, buh. Noch eine rote Kiste. Oh Gott, das wird interessant. Wir haben ja, normalerweise würde ich sagen, wir behalten goldenen Kisten, weil da natürlich auch öfters mal Etems spawnen können. Allerdings, wenn wir mal gucken, ich meine, allgemein auch, äh, allgemein, ne, unsere Etems. Wir haben 27 Münzen, Bomben und 96 Keys. Brauchen allgemein keine goldenen Kisten mehr, außer für die minimale Chance, dass dann, äh, vernünftigeste Etems rauskommen. Das ist halt, wie gesagt, sehr gering. Spinnen? Ja. Standard und Bomben bestimmt. Bomben? Ne, nochmal spinnen. Da. Da.